Hey Mercedes, wie sieht es in der Küche aus? Drei eingestellt und deine Lieblingslimo ist gut gekühlt. Perfekt. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin und ich möchte Ihnen jetzt einen exklusiven Einblick in die Zukunft der Camper-Vans geben. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine kleine Reise, einen Kurzurlaub sozusagen, mit unserem einzigartigen Konzept Marco Poli. Stehen Sie sich mal Folgendes vor. Jetzt Füße hochlegen, was machen Sie sonst noch so? Ja, vielleicht, wenn ich möchte, natürlich auch über die App, kann ich alles einstellen, kann ich alles abfragen oder auch über das Touch-Display im Cockpit. So kann der Urlaubstaktor beginnen. Was machen Sie denn so im Urlaub? Lesen, vielleicht ein bisschen schwimmen, je nachdem, wo man gerade ist, entspannen, Füße hochlegen, nichts tun, Gummibärchen essen, Hut aufsetzen. Ich zum Beispiel mache wahnsinnig gern Sport. Deswegen habe ich mein Rad mitgebracht und das ist ein E-Bike. Du hast auch ein Fahrrad. Pass auf, ich zeig dir das gleich. Ich brauche aber noch ein bisschen Motivation dazu. Hey Mercedes, motivier mich. Los geht's, du schaffst das. Gut. Also, die richtige Musik für meine Fahrradtour. Jetzt muss ich noch, das Einzige, was ich manuell mache, ist hier den Fahrradständer einmal auszuklappen und da habe ich mein E-Bike drauf. Und das Schöne ist, der Akku von diesem E-Bike ist schon automatisch durch die Solarzellen auf dem Dach geladen worden. Ich glaube, jetzt bin ich ausreichend motiviert. Ich muss also nur noch hier den Stecker einmal abmachen, Akku dran und schon bin ich startklar, umweltfreundlich geladen. Super Sache. Und wenn ich dann von der Fahrradtour wieder zurückkomme, dann bin ich natürlich ein bisschen verschwitzt, ein bisschen ausgepowert. In der Zwischenzeit hat das Fahrzeug schon meine Lieblingstemperatur eingestellt, so wie ich es gerne habe. Aber jetzt hätte ich es aber doch noch gerne ein bisschen kühler. Hey Mercedes, mir ist zu warm. Okay, ich senke die Temperatur. Dankeschön. Und natürlich möchte ich nach dem Sport auch noch was trinken. Hey Mercedes, wie sieht es in der Küche aus? Es befinden sich noch 50% Frischwasser in deinem Tank. Der Kühlschrank ist wie gewünscht auf Stufe 3 eingestellt und deine Lieblingslimo ist gut gekühlt. Perfekt. Und wenn ich dann irgendwann das Abendessen zubereiten möchte, ja, da fällt mir ein, ich brauche noch ein paar Zutaten für meine Lieblingspasta. Moment, ich sage mal, hey Mercedes, kannst du bitte für mich einkaufen? Das geht leider noch nicht. Am autonomen Fahren arbeiten wir noch. Aber der Supermarkt auf deinem Campingplatz hat noch geöffnet. Na gut, man kann ja nicht alles haben, aber diese Information hilft mir natürlich. Also kann ich jetzt noch losgehen und ein paar Sachen besorgen. Ja und wenn dann das Abendessen hinter mir liegt, ein langer Tag ist es gewesen, ein langer Urlaubstag, ich möchte morgen zur nächsten Station weiterfahren, dann habe ich auch keine große Lust, mir noch das Bett einzurichten. Also, hey Mercedes, ich will schlafen. Okay, ich bereite dir dein Bett vor. Lass ich das einfach mal in Marco Polo machen. Und schon wird die Sitzbank automatisch in ein bequemes Doppelbett umgebaut. Die Ambientebeleuchtung schaltet sich ein auf die entspannte Abendstimmung. Alles wird vorbereitet, sodass ich mich dann ganz bequem zur Nachtruhe begeben kann. Jetzt fährt sie noch aus. Genau, es dauert ein bisschen. Ja, ach, ich wollte ja morgen nicht zu spät los. Hey Mercedes, stell mir bitte einen Wecker um 8 Uhr. Okay, der Wecker ist auf 8 Uhr gestellt. Perfekt. Dann brauche ich es mir nur noch gemütlich zu machen auf meinem Bett. Ich ziehe mich mal zurück. Hey Mercedes, gute Nacht. Gute Nacht. Zu deiner Sicherheit habe ich die Alarmanlage für Sonnegas und Rauchmelder aktiviert. Ja, so lange war die Nacht dann doch nicht. Hey Mercedes, guten Morgen und danke fürs Wecken. Guten Morgen Martin, es ist 8 Uhr. Heute wird es sonnig bei bis zu 22 Grad. Momentan sind draußen 15 Grad. Ich wünsche dir einen guten Start in den Tag. Perfekt, Dankeschön. Ein neuer Urlaubstag kann beginnen. Und jetzt wollte ich ja nicht zu spät losfahren. Muss also wieder alles zurückbauen. Auf das lasse ich natürlich wieder meinen Marco Polo machen. Hey Mercedes, mach dich bereit zur Abfahrt. Okay, wenn du unbedingt willst. Mir hätte es hier noch gefallen. Na gut, zum Glück habe ich hier das letzte Wort. Jetzt muss ich nur noch meinen Fahrradständer einmal einklappen. Das ist wirklich alles, was ich noch zu tun habe. Währenddessen baut Herr Marco Polo alles selbstständig wieder zurück. Dann bin ich glaube ich auch bereit zur Abfahrt. Hey Mercedes, los geht's. Achtung, dein Abwasserdank ist zu 75% voll. Wichtige Information. Auch das kann ich natürlich jederzeit abfragen übers Handy oder auch übers Touch-Display. Da fahre ich auf dem Weg vom Campingplatz da einfach noch vorbei. Und auf Knopfdruck kann ich auch das noch schnell erledigen. Ja, das Dach, das war auch noch ein bisschen. Das war ja auch nur kleiner Ausblick auf die vielen, vielen Möglichkeiten, die die Marco Polo Camper Bands in Zukunft bieten könnten. Heute ist es nur ein Konzept, ein Konzept einer intuitiven Bedienung über die Sprache, über das Smartphone oder auch über das Touch-Screen-Display. Wir arbeiten natürlich auf Hochdruck dran, diese Zukunftsszenarien dann auch in die Realität umzusetzen. Und wenn Sie mal schauen wollen, was heute vielleicht schon möglich ist, gehen Sie mal rüber zum Sprinter Connected Home. Der hat das Mercedes-Benz Advanced Control. Da können Sie sehen, was heute schon tatsächlich in der Serie möglich ist. Oder Sie steigen ein in unser Marco Polo Camper Bands und lassen sich inspirieren, mit dem die Welt zu entdecken. Ganz herzlichen Dank. Dann haben Sie einen schönen Tag auf dem Caravan Salon und denken Sie immer dran, jedes Abenteuer ist meine Entscheidung entfernt. Tschüss! Das Dach ist auch reingefahren. Ich kann... Das Dach... Das Dach... Das Dach... Das Dach... Du bist. Du bist. Sie haben eine kleine Geschichte, die wir hier haben. Ja, das ist eine Geschichte. Ja. Das ist eine Geschichte, die Geschichte ist. Und wenn sie nach unten schnaht, dann wird sie etwas darüber nachdenken. Ich habe die Schraub gemacht. Ich habe die Schraub gemacht. Hast du es? Ja. Ich habe die Schraub gemacht. Ich habe es wieder einen kleinen Schmack. Ich habe es wieder einen Schmack. Ja, ja. Ich habe es wieder etwas zu essen. Ich habe es wieder etwas zu machen. Ich habe die Runde nach 30 Minuten gewonnen. Das wird gerade aber beidesstern. Ich habe die Runde über 150. Ich probiere nur eine 3m-Krise. Ich habe einen Mäckchen geschlagen. Ich habe einen Drone geschlagen.